Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Canon Academy Radio, dem Podcast der Canon Academy. Mit Talks und Tipps rund um die Themen Fotografie und Video, präsentiert von unserem Moderatoren-Team Olaf Franke und Mustafa Morat. Hallo Mustafa, da sind wir wieder zusammen. Grüß dich. Hallo Olaf. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Wieder eine neue Podcast-Folge. Wir haben uns ja heute so ein bisschen ein Thema vorgenommen, das, na sagen wir mal, so neben dem bisher üblichen steht. Ja, das stimmt. Heute kommt mal was ganz anderes. Genau. Heute geht es mal um wirtschaftliche, um finanzielle Aspekte des Fotografierens und vielleicht auch des Films. Und das wollen wir uns mit einem Gast, den wir gleich dazu holen werden, mal ein bisschen näher anschauen. Jetzt war es ja früher so, dass man studieren musste oder eine fotografische Ausbildung durchlaufen musste oder sich zumindest sehr intensiv mit der Fotografie auseinandergesetzt haben, um Fototechnik adäquat behandeln zu können, um mit den Einstellungen umgehen zu können, um zu wissen, wie man was fotografiert. Und aktuelle Kameras bieten ja da oftmals sehr erweiterte Möglichkeiten. So die Anfänge waren ja die Automatikprogramme. Aber mittlerweile kommen ja auch ganz viele Leute dazu, die eigentlich so mit dem Fotografieren als, ich sag mal, als Profi nicht unbedingt was zu tun hatten, aber trotzdem ab und zu auch mal ein gelungenes Foto eingefangen haben. Und oft ist es ja auch so, dass man sagen kann, dass der Durchschnittsbetrachter in Anführungsstrichen jetzt natürlich oder der durchschnittliche Auftraggeber oftmals auch mit einem nicht optimalen Ergebnis zufrieden war. Jetzt kommt dann auch noch dazu, dass der Zugang zu Informationen und zu Ausbildungs- und Schulungsmaterialien durch Internet und soziale Medien, insbesondere durch Podcasts oder auch durch die Videoplattform YouTube, für jedermann zugänglich ist, komplikationslos und schnell zugänglich ist. Und in der Folge dazu gibt es viele Fotografen, die mit einer geringen Ausstattung und vielleicht auch mit wenig Vorbildung oder mit einer selbst erlangten Vorbildung gute Ergebnisse mit geringem Aufwand produzieren. Spannende Frage dabei. Wie sieht es aus mit der Wiederholbarkeit von guten Ergebnissen und woher bekommt man die zahlende Kundschaft? Ja, also lautet die spannende Frage. Kann man professionelle Fotografie heutzutage überhaupt noch wirtschaftlich betreiben und lohnt es sich, es für Einsteiger überhaupt noch damit anzufangen? All diese Fragen wollen wir heute klären mit jemandem, der sehr erfolgreich selbstständiger Fotograf ist und einen tiefen Einblick in seine geschäftlichen fotografischen Tätigkeiten heute für uns geben wird. Und lass mich das an der Stelle nochmal ganz, ganz deutlich festhalten. Bin der festen Überzeugung, das wird sehr, sehr gut. Also freuen wir uns beide sehr darüber, dass er bei unserem heutigen Thema spontan zugesagt hat. Nicht nur spontan zugesagt hat, sondern es sogar auch aktiv mit angestoßen hat. Herzlich willkommen in die Schweiz. Herzlich willkommen Martin Wissig. Hallo zusammen. Hallo Martin. Wenn ich wieder mal bei euch sein darf. Genau, ich muss gerade sagen, du warst ja schon mal bei uns. Wer möglicherweise diese spannende Folge mit dir nicht gehört hat, der hat vielleicht Pech gehabt, kann das aber gerne nachholen, weil unsere Podcasts sind ja auch noch nachträglich abrufbar. Trotzdem schlage ich vor, dass du dich noch einmal ganz kurz mit deinen fotografischen Spezialgebieten vorstellen solltest. Genau, also ich komme aus der Schweiz, wie du es schon gesagt hast und wie man es vielleicht hört. Und jetzt, wo es um ein wirtschaftlich ist, wo es um ein wirtschaftliches Thema geht, habt ihr gedacht, meldet ihr euch mal bei einem Schweizer an, oder? Der weiss sicher, was zu erzählen. Bei einem Schweizer. Genau, nein, es ist natürlich so, dass ich bereits als Siebenjähriger begonnen habe zu fotografieren, aber das immer eigentlich eine Passion war. Also das heisst, mein Werdegang war kein klassischer und so wie es vielleicht ganz vielen Fotografinnen und Fotografen da draussen auch geht, stand am Anfang für mich die Passion. Es war nie mein Ziel, damit Geld zu verdienen, Profi zu werden und ich denke, da widerspiegelt sich dann auch ein bisschen der Erfolg, weil wenn man etwas macht, was einem Spass macht, wenn die Passion da ist, dann spielt auch das Geld zu Beginn sicher keine so wahnsinnig grosse Rolle, sondern die Freude an dem, was man macht. Und ich glaube, am Schluss ist das ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Du hast gesagt, viele Leute sind Autodidakten oder Autodidaktinnen, so auch bei mir zu einem grössten Teil. Meine Laufbahn als Fotograf war nicht eine klassische, also ich habe nicht irgendwie eine Kunstausbildung oder so gemacht. Ich habe, wie Sie es gehört, in der Schweiz auf einer Bank gearbeitet, drei Jahre lang die Lehre gemacht, dann nochmal drei Jahre gearbeitet, also sechs Jahre auf der Schweizer Bank. Gute klassische Grundausbildung. Und dann habe ich Betriebsökonomie studiert bei uns in der Schweiz mit der Fachrichtung Marketing und habe dann nach dem Studium erkennen müssen, okay, gut, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich steige in die Corporate-Welt ein, mache den normalen Lauf, den man so macht, die normale Karriere, steige in einer grossen Firma die Karrierenleiter hoch und erarbeitet sich da hoch. Oder aber ich verfolge meine Passion. Und das war natürlich für mich eine grundlegende Frage damals, 2003 war das, wo ich mich habe entscheiden müssen, okay, welche Weiche möchte ich legen in meinem Leben? Auf die eine Seite die vielleicht stabile wirtschaftliche Weiche, nach sechs Jahren Bank und drei Jahren Ausbildung bestimmt ein sicherer Wert. Oder auf die andere Seite möchte ich das tun, was mir Freude macht. Und ich habe mich zum Glück damals natürlich noch ohne Familie und ohne zu grosse fixe Kosten für den zweiten Weg entschieden, nämlich meiner Passion zu folgen. Und dass das nicht immer ganz einfach war, das hat sich die letzten 20 Jahre, das hat sich gezeigt. Aber ich denke, da kommen wir sicher im Verlauf von diesem Podcast noch ein bisschen zu sprechen. Ja, das eine ganz wichtige Thema ist natürlich, was verdient ein Fotograf, eine Fotografin oder was kann sie verdienen und was sind dafür die Einflussfaktoren? Lass uns über den letzten Punkt mal vielleicht zunächst ein bisschen reden. Was sind denn die Einflussfaktoren, auf die sich auf den Verdienst eines Fotografen, einer Fotografen aus deiner Sicht auswirken können? Es ist natürlich zuerst einmal ganz wichtig zu sehen, in welchem Umfeld man sich bewegt und in welcher Nische man sich bewegt. Und das ist auch etwas, was ich den Leuten immer sage, wenn sie mich fragen, hey, ich möchte mich selbstständig machen als Fotograf, was rätst du mir? Dann sage ich immer, hey, wie schon gesagt, die Passion, die Freude, die muss für mich an allererster Stelle stehen. Also das heisst, wenn du nicht gerne Hochzeiten fotografierst, aber das machst, weil es dann einfach gut Kohle gibt, dann machst du das nicht allzu lange, weil die Freude fehlt und irgendwann verlierst du dann halt auch die Passion an der Fotografie. Das heisst, für mich an erster Stelle wirklich immer ist die Passion. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich bestimmte Bereiche gibt in der Fotografie, also ich würde mal sagen, relativ viele Bereiche, die sich vielleicht nicht gerade wirtschaftlich umsetzen können in ein Gehalt, in ein Honorar oder sogar in die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel geben. Ich habe einen Freund von mir, der ist ein sehr, sehr guter Konzertfotograf. Der zeigt mir Bilder von Konzerten, wo er war. Da fotografiert er Ed Sheeran, der fotografiert Florence and the Machine. Also der fotografiert super Acts, macht unglaublich gute Bilder. Er wird auch eingeladen zu diesen Konzerten. Das ist auch schon mal eine erste Hürde, die du nehmen musst. Du meldest dich da an, kriegst eine Akkreditierung. Und er geht da hin, macht super Bilder. Für sich schickt die nachher dem Management. Die sagen, wow, super cool. Nehmen wir gerne. Dankeschön. Und das nächste Mal, wenn er anfragt und sagt, hey Leute, ich komme gerne wieder eure Band fotografieren. Fotografieren, 1,5 Millionen Follower auf Instagram hat die Band, kostet euch 250 Euro. Und die Antwort vom Management kommt zurück, ah sorry, nein, haben wir kein Budget. Und das ist halt etwas, mit dem werde ich immer wieder konfrontiert. Das heisst, deine Passion auszuleben, heisst nicht unbedingt, einen Lebensunterhalt damit verdienen zu können. Und das ist vielleicht die grosse Kunst am Ende vom Tag in der Fotografie. Etwas zu finden, was einem Spass macht. Erstens und zweitens, wenn das Ziel sein soll, dass man damit Geld verdient. Und ich lebe in der Schweiz. Wir haben noch ein bisschen andere Lebenskosten als in anderen deutschsprachigen Ländern. Und ich würde mal sagen, allgemein in Europa. Das heisst, wenn man sich jetzt bei uns das Ziel setzt, ich möchte gerne als Fotograf oder als Fotografin leben. Ich möchte Profi sein und davon Geld verdienen. Dann muss man sich schon grundlegende Gedanken machen. Wie kann ich meine Arbeit verkaufen? Wie kann ich meine Bilder verkaufen? Wo ist die Nische da, die es mir auch erlaubt, diesen Traum, Fotograf, Fotografin zu sein, auch zu leben? Meinst du, dass die geografische Lage, also deine Ansiedlung, auch eine wesentliche Rolle spielt in Bezug auf das fotografische Genre, das du bedienen möchtest? Ich würde mal sagen, es ist natürlich, in der Schweiz haben wir ein bisschen den Vorteil, dass wir wahrscheinlich erstens mal nicht so viel Konkurrenz haben wie wahrscheinlich hier in Deutschland. Mengenmässig gibt es wahrscheinlich in der Schweiz ein bisschen weniger Fotografen wie in Deutschland. Dafür gibt es auch tendenziell eher weniger Kunden. Aber ich habe merken müssen, jetzt in der Schweiz ist halt die Preissensitivität bei meinen Kunden vielleicht nicht so stark wie jetzt in einem anderen europäischen Land. Und auch der Verdrängungskampf, das heisst, das Dumping mit den Preisen ist jetzt vielleicht bei uns nicht so stark ausgeprägt wie in Deutschland, wo halt viel mehr Leute um den gleichen Job buhlen und dann halt auch mit den Preisen drunter gehen. Das heisst, von dem her habe ich, von meiner Erfahrung her, kann ich sagen, dass wahrscheinlich die Geografie jetzt ein kleines bisschen eine Rolle spielt, dass ich hier in der Schweiz bin und wahrscheinlich zahlungskräftigere Kunden habe. Was aber nicht automatisch heisst, dass es einfacher hier ist, Geld zu verdienen oder an diese Kunden auch zu gelangen. Weil am Schluss vom Tag ist es schon das, was halt deine Jobs auch bezahlt. Man muss Kunden haben und man muss Kunden haben, die auch bereit sind, einen bestimmten Preis zu bezahlen, nämlich den Preis, den es braucht, um damit leben zu können. Sehr schön. Martin, du hast es gesagt, du hast ein bisschen weniger Konkurrenz in der Schweiz, sage ich mal, und die Jobs sind wahrscheinlich jetzt auch nicht jetzt proportional gleich wie in Deutschland. Aber trotzdem musst du dich ja irgendwie abheben. Dein Angebot muss irgendwas Besonderes sein. Wie hebst du dich tatsächlich ab von deiner Konkurrenz? Warum buchen die Leute dich? Also ein ganz wichtiger Schlüssel, denke ich, ist die Ausdauer. Und ich hebe mich vor allem dadurch ab, dass ich das jetzt schon seit 20 Jahren mache. Das heisst, ich bin im Markt, ich arbeite viel, man sieht mich, man sieht meine Fotos. Ich habe mich in meiner Nische in der Sport-, in der Outdoor-, in der Actionfotografie breit gemacht. Und früher oder später, wenn du jetzt in der Schweiz bist und einen Outdoor- oder Sportfotografen suchst, in dem Bereich stolperst du dann früher oder später über mich. Ob dir dann meine Arbeit gefällt oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber zumindest einmal bin ich schon auf dem Radar von den Leuten. Und das ist etwas, was ich auch den jungen Fotografinnen und Fotografen immer wieder sage, hey Leute, der Erfolg, der kommt nicht über Nacht. Heute ist alles immer so instant. Man ist sich gewohnt, sofort Feedback zu kriegen, sofort Resultate zu kriegen. Aber in der richtigen Welt ist es halt einfach so, dass du zwei, drei, fünf, zehn Jahre am Ball bleiben musst, um dir ein Netzwerk aufzubauen, um dir einen Namen aufzubauen und dann halt auch während dieser Zeit regelmässig gute Arbeit ablieferst. Und das am Ende vom Tag ist der Schlüssel vom Erfolg. Klingt nicht sexy, aber ist dann einfach so. Viel Arbeit und ein grosses Netzwerk, das man sich erarbeitet während dieser Zeit. Aber das muss man jetzt ja auch zunächst mal erst wirtschaftlich überbrücken. Wie hast du diesen grossen Schritt weg von dem regelmäßigen Einkommen in der Bank hin zu dem freiberuflichen Fotografen überhaupt geschafft? Oder verdient man in der Bank so viel, dass man erst mal zehn Jahre damit auch gut auskommt? Ja, schön wäre es. Also damals in den Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre, ich als junger Banker habe da natürlich nicht so viel verdient, dass es irgendwie auch nur im Ansatz gereicht hätte. Aber das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und das ist auch etwas, was ich angehenden Fotografinnen und Fotografen immer wieder ans Herz lege, wenn ich sage, setzt nicht alles immer gerade auf eine Karte. Ihr müsst nicht Profi sein vom Tag eins. Schaut, dass ihr am Anfang vielleicht einen Job habt, den ihr nebenan machen könnt, der euch den finanziellen Druck auch ein bisschen wegnimmt. Ein Teilzeitjob oder auch eine andere Selbstständigkeit. Und baut daneben euren Ruf und euren Job und euer Netzwerk als Fotografinnen, als Fotograf auf. Das ist ganz wichtig. Weil das ist tatsächlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert, sondern wie ich schon gesagt habe, das kann Jahre dauern, je nachdem, in welchem Gebiet man sich befindet. Und wenn man da natürlich nach neun Monaten oder nach zwölf Monaten dann keine Kohle mehr auf dem Konto hat, dann wird es dann schwierig mit der Geduld und mit der Ausdauer und mit dem Arbeiten. Und deshalb wirklich, denke ich, ist es von einer zentralen Bedeutung, dass man sich diesen finanziellen Druck, gerade zu Beginn von einer Karriere, dass man sich den selber wegnimmt. Wenn man das kann, weil man vielleicht in einer reichen Familie geboren wurde, dann ist das zwar nice, oder wenn man einen Job hatte, wo man so viel Geld verdient hat vorhin, dass man sich das leisten kann, aber in der Regel ist es ja nicht so, sondern man muss einfach diese Durststrecke, die muss man durchstehen. Und das ist dann da, würde ich mal sagen, wo die meisten dann aufgeben und rausfallen in dieser Transitionphase zwischen dem freischaffenden Fotograf sein wollen und das dann wirklich auch tun können. Und da, diese Zwischenphase, die kann dann unterschiedlich lang sein. Also gehen wir mal davon aus, wir stehen jetzt am Anfang unserer Karriere. Wir haben uns vielleicht auch noch, ich sage mal, ich trage noch Zeitung aus und bin dabei auch noch Essensauslieferant und starte jetzt meine fotografische Karriere. Wie komme ich denn an die Preise, die ich denn tatsächlich auch meinem potenziellen Kunden abnehmen kann, in Anführungsstrichen, beziehungsweise was ist bereit, meine Kundschaft überhaupt für meine Arbeiten zu zahlen? Oder anders gefragt, was ist ihr wichtiger, der Kundschaft die Qualität oder der Preis? Und welche Preise nimmt die Konkurrenz? Wie komme ich an all diese Daten, die ja eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, für meine eigene Preisgestaltung? Lass mich das noch ein bisschen erweitern, die Frage. Und zwar, du hast es ja gerade schon gesagt, Martin, du bist jetzt seit 20 Jahren dabei, über 20 Jahre. Und da wäre noch die Zusatzfrage, Qualität und Preis. Was ist so auch wichtiger für den Kunden? Reicht es, dass du 20 Jahre dabei bist und kannst jeden Preis aufrufen und der Kunde zahlt, weil er dich kennt, er kennt deine Arbeit? Oder hast du trotzdem irgendwie einen gewissen Druck, dass du auch deine Preise ein bisschen anpassen musst, weil es halt auch mehr Fotografen als sonst gibt? Ja, das würde ich noch mit in die Frage reinwerfen zu Olaf. Genau. Also vielleicht jetzt, Mustafa, zu deiner Frage zuerst. Selbstverständlich ist es leider nicht so, dass ich inzwischen einfach jeden Preis verlangen kann. Ich passe mich auch dem Markt an. Ich bin aber nicht bereit, zu irgendwelchen Dumpingpreisen mit jetzt jungen Einsteigern da mitzuhalten. Ich habe das dieses Jahr wieder gesehen. Ich habe am World Economic Forum gearbeitet. Und da hatte ich letztes Jahr, habe ich für die indische Delegation fotografiert. Und ich habe da einfach meinen Tagespreis. Und die haben versucht, das um die Hälfte runterzudrücken. Da habe ich gesagt, Leute, lasst es sein. Die haben dann irgendeinen Inder aus Mailand eingefahren. Und am Ende von der ganzen Geschichte kam raus, die waren überhaupt nicht happy. Und wenn man sieht, was die Delegation jetzt da, was die für ein Budget haben für Reisen, für Hotels und und und, da redet man am Schluss von ein paar hundert oder macht von mir aus auch ein paar wenigen tausend Euro, die sie da gespart haben. Aber am Ende vom Tag waren sie nicht happy und kommen das nächste Jahr wieder zurück. Ich denke, wichtig ist, Olaf, was du gesagt hast, ist auch die Positionierung von einem selbst in dem Geschäftsfeld, in dem man tätig ist. Klar, viele junge Leute, die möchten gerne irgendwie Jobs kommen, sind bereit, tiefe Preise zu verlangen. Das Problem ist aber einfach, finde ich, wenn du halt einmal so als billigen Kaspar da die Runde gemacht hast, dann wird es dann schwierig, wenn du dann später einfach sagst, so Leute, jetzt muss ich Kohle verdienen, jetzt kostet das gleiche Ding einfach dreimal mehr. Die Leute, die dich vorhin gebucht haben, nur wegen günstig, die finden den Nächsten, der es günstig macht. Die wollen dich nicht, weil du es bist, sondern weil sie halt einfach ein Budget haben, wo sie sagen, fair enough, okay, wir haben nur so und so viel Budget. Das kann ja auch sein. Ich denke, wichtig ist, dass man die Qualität hochhalten muss. Und das ist etwas, was ich mir immer gesagt habe, ich bin nicht bereit, da Abstriche zu machen und ich bin auch nur zu einem ganzen bestimmten Prozentsatz bereit, auch meine Preise nach unten anzupassen, weil ich einfach sage, schaut Leute, dann müsst ihr euch anders umschauen, wenn ihr jemanden findet, der das für die Hälfte macht, super. Kann sein, dass es auch gut macht, dann habt ihr Glück gehabt. Aber am Ende vom Tag weiss ich ungefähr in der Schweiz, was so die Preise sind, die Tagesansätze sind. Und in dem Bereich muss man sich auch befinden. Wo kriegst du diese Preise her? Das ist jetzt die spannende Frage. Genau. Also, es gibt natürlich kein Grundrezept, es gibt keinen Ratschlag im Internet, wo man sich das irgendwie nachschauen kann. Ich denke, das ist so ein bisschen ein Einbalancieren, ein Sich-Finden, Gespräche mit Kundinnen und Kunden, Gespräche mit anderen Fotografinnen und Fotografen. Man muss aber auch sagen, es kommt natürlich sehr stark auf das Geschäftsfeld drauf an, wo man tätig ist. Nehmen wir an, du möchtest dich selbstständig machen und deine Spezialität ist, ich sage jetzt irgendwas, was ich mich überhaupt nicht auskenne, ich stelle es einfach mal in den Raum, du möchtest dich mit Hundefotografie jetzt selbstständig machen. Das heisst, du bietest jetzt Hundefotos an, machst irgendwie so ein Set von was auch immer, 20 Bildern von deinem Hund. Und wenn ich jetzt da beginnen möchte, dann würde ich zuerst mal ein bisschen im Internet schauen und würde mal ein bisschen Konkurrenzanalyse machen. Wenn ich das sehe, dass in meinem Umfeld 30 Fotografen Hundefotografie zu einem Packet von 250 Euro anbieten, all inclusive für einen halben Tag Hundefotografie, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, dass du da aufkreuzen kannst und 1'000 Euro verlangen kannst, auch wenn du das jetzt brauchen würdest und sogar auch wenn deine Fotos viermal besser sind als diejenigen, die nur 250 Euro verlangen, weil das sieht der Kunde im ersten Moment ja nicht. Also, und da komme ich wieder ein bisschen zurück auf die Konzertfotografie von meinem Freund. Die Preise, die richten sich natürlich nach dem Markt ein Stück weit. Und wenn du in einem Markt tätig bist, wo es halt einfach kein Budget gibt oder wo es auch wirklich oftmals Leute gibt, die kein Geld haben und oftmals, und ich habe jetzt die Hundefotografie genommen als Beispiel, weil das dann Privatkunden sind, die haben in der Regel auch weniger Budget. Also, wenn du da in diesen Bereichen tätig bist, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, dass du von dem leben kannst. Ein anderes Beispiel noch, und das sind jetzt alles Beispiele, und da bin ich dann gespannt, wenn ihr vielleicht jemand anderen dann mal habt in eurem Podcast. Für mich ist aber immer so Landschafts- und Tierfotografie höchsten Respekt für die Leute, die das machen, die da stundenlang ausharren und die halbe Welt reisen und Pinguine und Bären fotografieren. Ich frage mich dann einfach immer am Ende vom Tag, wo ist da der Business Case und wie können diese Fotografinnen und Fotografen leben? Wie können die ein Einkommen generieren, damit die ihr Leben bestreiten können mit Pinguin-Fotos zum Beispiel? Ich sage jetzt einfach irgendwas random. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren von Pinguin-Fotografen-Profis. Könnt ihr mir gerne dann weiterschicken. Aber am Ende vom Tag ist es halt wirklich so, und jetzt spreche ich wieder für mich, aus der Warte von einem Schweizer Familienvater, der hier als, wie sage ich jetzt mal, One-Man-Show eine Familie in der Schweiz durchbringen will. Ich muss einfach schauen, dass ich Jobs habe, die mir so viel bezahlen, dass ich hier in der Schweiz davon leben kann. Und da kommen wir vielleicht auch jetzt wieder ein bisschen in ein anderes Thema rein. Wenn du mich fragst zu Beginn, was bist denn du, Action-Fotograf, Sportfotograf? Ja, das ist klar, das mache ich, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Passion. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist nicht das, was ich 20 Tage im Monat mache. Also ich könnte jetzt nur von der Action- und Outdoor- und Sportfotografie, ich persönlich könnte und wollte wahrscheinlich auch davon nicht leben, sondern ich mache ganz viele Jobs, die jetzt vielleicht in Anführungs- und Schlusszeichen ein bisschen boring sind oder die ich jetzt vielleicht nicht gerade auf mein Instagram-Profil knalle, wenn ich da irgendwo mal ein Webinar aufzeichne oder an einem Firmen-Event Fotos mache. Aber das gehört für mich als Profi ein bisschen dazu. Wichtig ist, eine gute Balance zu halten, eine gute Balance zwischen den Jobs, die man gerne macht, die was sind für die Seele, die einem Freude machen, die einem die Passion an der Fotografie nicht verlieren lassen und dann halt auch Jobs zu machen, wo ich weiss, okay, die mache ich, ich mache das Beste draus, ich suche mir dabei meine eigene Challenge, aber am Ende vom Tag bezahlt das dann auch schon mal die Hälfte der Miete. Aber mit deinem Beispiel hast du ja im Grunde genommen auch gleich nochmal den Nachweis geliefert, dass das, was du zum Anfang gesagt hast, nämlich dass einerseits die Passion eine wichtige Rolle spielt und andererseits die vernünftige Balance zu da verdiene ich Geld mit, durchaus eine sehr, sehr kluge Mischung sind. Wir haben es heute noch gar nicht erwähnt. Aufgrund deiner Sport- und Actionfotografie, die du machst, ist dir ja auch der Sprung zu kennen gelungen und du bist Canon Ambassador und hast ja damit auch nochmal eine andere geschäftliche Verbindung und andere auch finanzielle Möglichkeiten, um es mal so global zu formulieren. Also im Grunde genommen ist das ein sehr, sehr guter Weg, glaube ich, den du hier gerade nochmal skizziert hast. Genau, und am Schluss ist es halt so, das muss jeder für sich selber entscheiden, inwiefern oder wie weit er oder sie bereit ist, da auch ein bisschen Kompromisse einzugehen und vielleicht Dinge zu tun, die jetzt nicht dem Profil entsprechen. Aber ich möchte es wirklich nochmals betonen, ich würde nie etwas machen, wo ich keine Freude daran hätte. Also wenn ich weiss, ich fotografiere nicht gerne Vasen, ich würde jetzt nicht für einen Kunden einen dreiwöchigen Job annehmen, wo ich jetzt einfach jeden Tag Vasen fotografieren muss, nur wegen dem Geld. Erstens macht es mir keinen Spass, zweitens bin ich nicht wirklich gut da drin und drittens, die Passion, die würde dabei verloren gehen und das wäre dann in der Tat wirklich schade. Also diese Balance zu finden, das ist nicht ganz einfach und wie du es gerade gesagt hast, eine Diversifizierung, vielleicht auf mehreren möglichen Standbeinen zu stehen, fotografisch gesprochen, ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe ja mit der Mountainbike-Fotografie angefangen, also alles, was auf zwei Rädern ist, aber ich sage es dir, irgendwie nach 20 Jahren, da hast du mal die Mountainbikes von jeder erdenklichen Seite fotografiert, also von vorne, von hinten, von links und von rechts. Das heisst da auch ein bisschen, ich sage nicht, die Passion geht verloren, aber es läuft sich so ein bisschen ab. Und darum war es für mich wichtig, dass ich mich in den letzten Jahren immer ein bisschen breiter aufgestellt habe, eben erstens mal das mit Canon, können, zweitens mache ich vielleicht hier und da ab und zu mal ein Firmen-Event, den ich gerne dokumentiere und das gibt so ein bisschen eine Balance rein, die auch so ein Grundrauschen gibt durchs Jahr, die nicht saisonal bedingt ist, also nicht nur Juni, Juli, wenn das Wetter schön ist und wir Biken können, habe ich Aufträge, sondern auch im Dezember und im Januar und im Februar und das ist dann wichtig. Sehr schön. Martin, du hast gerade den Pinguin-Fotografen, der seine Abenteuer da fotografiert, angesprochen, sagen wir mal, im besten Fall verkauft er seine Fotos irgendwie an Magazinen oder sowas. Du hast ja auch Fotos, die du an Magazine verkaufst, vielleicht gehört das auch zu den Arbeiten, die jetzt ein bisschen boring sind, ein bisschen langweiliger sind, aber gib uns mal ein konkretes Beispiel, was kann man so verdienen? Was ist so die Spanne an so einem Magazin, keine Ahnung, Fotos, die du da verkaufst an so einem Magazin? Genau. Also im Gegenteil, das sind ja eigentlich für mich die tollsten Geschichten, die ich produziere für die Magazine. Das heisst, ich bin ja oft im Ausland unterwegs, das sind zum Teil Shootings, die ich kombiniere. Als Beispiel haben wir letztes Jahr in Montenegro, für Deuter, haben wir ein Kampagnen-Shooting gemacht, auf Gravelrädern, da drei Tage Schlucht aufwärts, geradelt, übernachtet, draussen im Zelt, gekocht im Camp und dann die Räder auf aufblasbare Pack-Rafts gepackt und dann mit dem Wildwasserfluss da runtergefahren. Also ich nicht, ich war auf dem Rafting-Boot mit einem Guide vorne und einem Guide hinten, aber meine beiden Buddies, die waren da mit den Rädern auf diesem Pack-Rafts und sind da diese Tara-Schlucht da runter. Das war ein absolut geniales Abenteuer und das war jetzt eine Story, die wir für Deuter gemacht haben, wo es um Rucksäcke ging und Packtaschen und Schlafsäcke und so weiter. Das war ein Kampagnen-Shooting und nur um euch ein bisschen zu zeigen, wie ich aus einem Job vielleicht ein bisschen mehr raushole als jetzt nur dieser eine Job. Ich habe dabei einen Fahrradproduzenten angerufen, habe gesagt, hey Leute, wir brauchen zwei Gravelräder, habt ihr Bock dabei zu sein? Ich schaue, dass die gut präsentiert werden, die werden dann in den Magazinen publiziert. Ich hole euch die ab, aber es kostet euch ein bisschen was, habt ihr Lust? Eigentlich für diese PR-Arbeit haben die gesagt, ja cool, gerne machen wir. Dann habe ich während diesem Trip für die Canon Academy ein Video gemacht zu meiner Arbeit, nämlich mit dem Unterwassergehäuse für die G7X Mark III, wie ich mit der gearbeitet habe, mit dem Unterwassergehäuse. Das heisst, ich habe da während dem Trip für Canon was gemacht und jetzt am Schluss am Top kommen die Magazine dazu. Da schliesst sich jetzt der Kreis zu eurer Frage, die Magazine. Das ist das, was ich als Old Fashioned Guide zwischen 45 und 50 Jahre alt natürlich gern haben, noch so ein bisschen dieses haptische Gefühl, so ein Magazin in den Händen zu halten oder so ein bisschen was Wertiges, nicht so diese flüchtigen TikTok und Instagram Stories durchscrollen. Da bin ich ein bisschen altmodisch. Ich muss aber auch sagen, leider ist es so, dass bei jedem Versand von E-Mails, die ich mache an diese Magazine, kommen wieder irgendwie fünf E-Mails zurück, die es nicht mehr gibt, weil es das Magazin nicht mehr gibt. Also Print, das ganze Print Business hat sich in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, fünf oder zehn Jahren massiv verändert. Erstens mal sind natürlich die Werbeeinnahmen da weggefahren, vieles wechselt auf online, die Produktion von den Magazinen wird teuer, ein wenig Papier und so weiter. Und das schlägt sich dann natürlich auch sehr direkt auf die Fotografen-Honorare rüber. Für mich, ich habe die Magazine immer gesehen als nices Add-on, um mich und meine Arbeit zu präsentieren und auch so ein bisschen als Genugtuung, wenn man da so ein Cover kriegt, das da in China publiziert wurde. Das war alles nice und alles cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, davon leben könnte ich nie und nimmer. Also dieses Business ist echt tot. Und wenn das jemanden sein Business-Modell ist, wenn er sagt, hey, ich möchte arbeiten als Fotograf, ich möchte meine Fotos an die Magazine verkaufen, dann sage ich, good luck, wird aber nicht funktionieren, weil du kriegst einfach heute nichts mehr. Und ich sage wirklich nichts von zero bis ein paar hundert Euro für so eine Magazingeschichte. Und da reden wir Foto und Text, da reden wir Übersetzungen, da reden wir den ganzen Trip planen, da reden wir den Trip fotografieren, da reden wir die Bilder auswählen und bearbeiten. Also plus natürlich diese Story dann zu pitchen an die Magazine. Also wenn man das alles anschaut, diesen Aufwand, den man da betreibt, um in die Magazine zu kommen, da muss ich sagen, da würde ich wahrscheinlich McDonalds in der Schweiz mit Hamburger braten, wahrscheinlich mehr Geld verdienen pro Stunde. Aber das mache ich eben nur, weil es mir wirklich Spass macht. Und jetzt vielleicht wirklich ganz konkret kann ich euch sagen, das grösste Mountainbike-Magazin in den USA und inzwischen wahrscheinlich auch das Einzige. Das nimmt regelmässig, nimmt das meine Storys, kauft die mir ab. Und was denkt ihr, was bezahlen die? Da reden wir von einer Story in China, zwölf Seiten, grosse Doppelseiten, Text, Fotos, Infoboxen, alles geliefert, dann kommt noch ein PDF, dann muss ich die Bildunterschriften nochmals alle machen und und und. Das grösste Mountainbike-Magazin in den USA. Was denkt ihr, was bezahlen die? Foto und Text, das volle Paket. Also als einzelnen Auftrag, als einzelnen Auftrag, wir werden gleich nochmal darüber reden, wie du deine Aufträge erhältst, beziehungsweise auch, wie du deine Bilder möglicherweise, deine Geschichten an den Verlag bringen kannst, aber als Auftrag für eine Zeitung ein solches Vorhaben umzusetzen, da sind wir mindestens im Fünfstelligen-Bereich, ich würde mal sagen, 12.000 bis 15.000 Euro. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Mustafa, was meinst du? Also, weil Martin schon so komisch gefragt hat, sage ich mal, würde ich mal schätzen, dass es deutlich weniger ist. Ich kann es natürlich auch nicht einschätzen. Ich gebe dir Tipp, deutlich weniger. Deutlich weniger. Deutlich weniger. Also ich wäre eher so, also wenn es wirklich im Auftrag für dieses Magazin wäre, würde ich sagen, dass Martin gerade mal seine Kosten damit abdecken kann. Sagen wir mal 1,5. Aber da schließt sich ja im Grunde genommen gerade nochmal die ganz spannende Frage an, Martin. hast du erst deine Aufträge und ziehst dann los und setzt sie um. Oder bei solchen Projekten, wie du sie gerade skizziert hast, ziehst du erst los, riskierst etwas und versuchst es dann noch an mehrere, an mehreren Stellen auch zu verkaufen. In der Tat ist das Zweite der Fall. Also meistens, allermeistens ziehen wir los, haben eine Idee. Die Story wird dann auch allermeistens von Sponsoren oder eben von einer Kampagne dann getragen. Das heisst, wir gehen da schon mal nicht mit einem Minus aus dieser Geschichte raus und müssen das nicht finanzieren. Aber um meine Frage von vorhin aufzulösen, eben das Shooting in China letzten Sommer, wo ich unterwegs war, also das amerikanische Mountainbike-Magazin bezahlt 100 US-Dollar für die ganze Geschichte. Foto, Bild, Text und dann noch Bildlegende schreiben und dann hin und zurück und dann muss ich eine Rechnung schreiben in US-Dollar für Amerika, musst aber vorhin noch ein Formular ausfüllen, wenn du mit Amerika zu tun hast, wer der wirtschaftlich Berechtigte ist, dann schicken die die Kohle rüber, dann macht die amerikanische Bank noch 20 Dollar Abzug für Fremdbankenspesen für die Schweiz und die Schweizer Bank hat einen Räuber-Umrechnungskurs und am Schluss kommen da 60 Schweizer Franken an bei mir. Für das, dass ich aber auch dreimal habe anfragen müssen, ob das jetzt schon gedruckt wurde und ob sie mir das PDF schicken können. Und jetzt fragt ihr euch… Das ist aber ein Zusatzverdienst dann. Ja, das ist ein wahnsinniger Zusatzverdienst. Aber in der Tat ist es so, das ist ein Zusatzverdienst und darum geht es genau. Am Ende vom Tag ist es doch schon so, die Geschichte, die ist produziert, die ist gemacht, die ist geschrieben, die Fotos sind gemacht. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wenn ich an die Magazine herangehe. Ich sage denen, hey Leute, ich komme aus der Schweiz, die Story kostet euch 2000 Schweizer Franken, wollte sie oder wollte sie nicht. Ich sage, eines von 20 Magazinen sagen 19,5 Magazine sagen, vergiss es, keine Chance, kein Budget. Brasilien, Portugal, Kroatien, Südafrika, Spanien, die Magazine, die haben ja alle keine Budgets mehr. Also habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage denen ab und habe dann zwar die geilsten Geschichten gemacht und die tosten Fotos produziert, aber die liegen bei mir daheim auf der Festplatte rum und niemandem nützen sie was. Oder aber ich sage, okay Leute, machen wir einen Deal. Der Deal ist folgender, was immer ihr bereit seid zu bezahlen, damit bin ich happy. Und somit komme ich dann in die Magazine rein, habe mich vielleicht in dem Falle unter Wert verkauft, was sich ja wieder ein bisschen ausschliesst mit dem, was wir zu Beginn besprochen haben. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wieder mal ein Projekt haben, ich fliege im April nach Bhutan, wo wir eine zweiwöchige Story machen, bin ich mit einem Athleten, mit einem Red Bull Athleten unterwegs. Da wiederum können wir zu dessen Sponsoren gehen und sagen, schaut Leute, wir machen eine Geschichte in Bhutan. Letztes Mal waren wir in Saudi-Arabien oder in China, 15 Länder publiziert, eine riesen Reichweite im Zielmarkt erwirtschaftet für euch. Seid ihr bereit, diesen Trip zu finanzieren, ja oder nein? Und für die wiederum, für die ist es dann spannend und die sagen, ja klar, cool, wir kommen nie mehr so günstig mit zehn Seiten, mit unseren Rädern, mit unseren Klamotten, mit unseren Rucksäcken in irgendein Magazin rein und da schliesst sich dann eben wieder der Kreis. Das heisst, mit der Magazinpublikation selber kannst du keine Kohle verdienen. Aber mit all dem, was drum passiert, mit den Zusatz-Shootings, mit den darauffolgenden Aufträgen schon und dann muss ich vielleicht auch nochmal ganz was Wichtiges sagen, es geht ja auch am Ende vom Tag bei mir nicht nur immer ums Geld. Also wenn ich jetzt nach Bhutan gehe, nach China gehe, ich war im Oman, ich war, ja, weiss Gott wo schon, überall in Grönland, in Marokko, überall in Griechenland, in Chile, an den unterschiedlichsten Destinationen. Was denkt ihr? Ich meine, am Anfang haben wir so viele von diesen Trips selber finanziert, hat aber keine Rolle gespielt, weil es einfach ein Abenteuer war. Am Schluss waren es vielleicht günstige Ferien oder vielleicht gerade so Ferien-Nullsummenspiel. Aber wiederum konnte ich mir in den letzten Jahren genau dieses Image schaffen, bei dem ich jetzt auch bei Canon dann mich ein bisschen profilieren konnte als Ambassador in meiner Nische und die Investitionen, die man tätigt, gerade in diesen Bereichen, die sind längerfristig und man darf nicht gerade erwarten, dass das eins zu eins zurückkommt und wenn auch nicht, egal, am Schluss vom Tag war ich ja dann immerhin an all diesen coolen Spots, auch wenn ich jetzt vielleicht mit den Magazinen jetzt nicht da gerade wahnsinnig viel Geld verdient habe damit. Also ein strategisches Investment ist durchaus zulässig, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, deine Ausführungen auch, wenn man oder vielleicht auch gerade, wenn man schon im Geschäft drinsteht, weil sich daraus eben auch Folgeaufträge ergeben, wahrscheinlich sogar aufgrund der vielen Kontakte, die du hast, mehr oder weniger zwangsläufig ergeben. Das ist ja im Grunde genommen schon so ausgerichtet, dass sich daraufhin mögliche potenzielle Kunden melden oder offen sind für weitere Auftragsvergaben. Absolut. Ich muss aber wirklich auch nochmal sagen, bei mir steht da weniger eine Strategie dahinter wie einfach der Spass an der ganzen Geschichte. Und da machen wir auch wieder jetzt den Kreis zu, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Weisst du, wenn du Spass hast daran, an dem, was du machst, dann muss es in erster Linie ja jetzt auch gerade nicht sich eins zu eins auf das Finanzielle rüberschlagen. Und dann ist es auch ganz okay, wenn man dann halt mal ein Projekt macht, wo man kein Geld damit verdient, aber einfach eine gute Zeit hatte. Und der Erfolg, früher oder später, wenn man seinen Job gut macht, der kommt dann sowieso. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch die Frage, die sich da direkt anschließt, was du gerade gesagt hast. Meinst du, man muss immer der Beste seines Fachs sein? Nein, auf keinen Fall. Und ich würde mich auf gar keinen Fall als der Beste von meinem Fach bezeichnen. Ich habe mal ein paar Freunde gefragt, Fotografenfreunde, was für die Erfolg denn bedeutet oder wie sie Erfolg definieren. Und einer von diesen Freunden, der war auch der Inhaber von einer Fotoschule. Und ich habe ihn gefragt, hey, rückblickend, was waren die erfolgreichsten Studenten oder Studentinnen, die bei dir in der Fotoschule waren? Und er hat zu mir gesagt, schau, die erfolgreichsten, und ich rede jetzt von kommerziell, das heisst diejenigen, die sich ein Leben als Fotograf oder als Fotografin haben, erwirtschaften können, die erfolgreichsten waren nicht die Kreativen. Die erfolgreichsten waren die Hartnäckigsten. Und das ist etwas, was für mich auch, wo ich mich auch eher ansiedle, ich würde mich auch jetzt nicht als Künstler oder als kreativsten Fotografen überhaupt bezeichnen, aber wahrscheinlich einer, der halt jetzt hartnäckig über all die Jahre dabei bleibt und nie die Freude daran verloren hat an der Fotografie. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Also ich finde es echt sehr spannend, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast. Erstmal war ich geschockt, als du gesagt hast, 100 Dollar. Das war wirklich erst mal ein Schock. Aber im Nachhinein, wo du es jetzt aufgelöst hast, macht das natürlich absolut Sinn. Also erstens hast du natürlich deine Abenteuer so oder so. Dann hast du die Reise ja sowieso schon finanziert gehabt. Im besten Fall hat man das dann irgendwie schon gemacht mit Verhandlungen etc. Und eben mit den Sponsoren an Land gezogen. Also ich verstehe deine Strategie und ich bin auch, ich würde es genauso machen. Ich mache es auch teilweise genauso. Ich habe noch nicht jedes Projekt komplett finanziert bekommen. Also ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt auch einen Dokumentar, den ich jetzt drehe, Mitte Februar fliege ich nach Südafrika und dann nach Uganda für einen Dokumentarfilm. Da ist auch so ein bisschen... Darüber wollen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen näher. Da erzähle ich dann, wenn ich wieder zurück bin. Aber ich habe halt auch im Prinzip genau das Gleiche gemacht. Ich habe versucht, irgendwie das Projekt finanziert zu bekommen und im Nachhinein noch irgendwie Goodies. Irgendwelche Firmen, die dann noch irgendwie, keine Ahnung, ein Produkt haben, was ich damit einbringen kann und so. Und ich finde das wirklich toll, dass du das uns auch so erzählt hast und das ist für viele, glaube ich, sehr überraschend, dass du das so machst. Dass du so einfach verstrickt bist in ganz vielen Sachen, weil nur so kann man, glaube ich, wirklich davon leben, weil 100 Dollar und 60, keine Ahnung, Schweizer Franken, die am Ende übrig bleiben, selbst wenn du das an 20 Magazine verkaufst, das wird am Ende nicht zum Leben reichen. Apropos leben, lass uns noch ein bisschen über Absicherung sprechen. Thema Künstlersozialkasse. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Schweiz ist, aber als selbstständiger Fotograf hier in Deutschland hat man ja eine Künstlersozialkasse, also wo man dann Mitglied ist, ist eine Krankenversicherung im Prinzip und da wird man dann auch nur unter bestimmten Umständen aufgenommen, wenn man da bestimmte Umsätze auch macht etc. Wie ist das für dich, was ist deine Absicherung, keine Ahnung, Krankenversicherung, vielleicht für die Rente, irgendwas? Wie planst du das? Wie machst du das? Das ist natürlich einer der grössten Nachteile, sage ich jetzt mal, wenn du Freischaffender oder Selbstständiger, musst du nicht Fotograf sein, das kann Künstler, Gärtner oder was auch immer sein, das Risiko trägst du dann natürlich voll und ganz bei dir. Wobei man ja auch sagen muss, im heutigen Arbeitsmarkt weisst du ja auch nicht, ob du in drei Monaten die Stelle noch hast oder nicht. Also von dem her ist es sicher so, dass man eigentlich selber verantwortlich ist, dass man sich da ein Modell zurechtlegt, das auch für Eventualitäten ausgelegt ist und da kommt mir mein betriebswirtschaftlicher Hintergrund sicher auch ein bisschen zugute, weil ich da natürlich auch, wie sage ich jetzt mal, nicht ganz naiv an die ganze Sache rangehe und vielleicht einfach vom Administrativen, wie ich das in der Schweiz Hand habe, das mag für Deutschland, Österreich anders sein, aber ich selber, ich habe eine GmbH, die dann auch rechtlich die Verträge abschliesst. Ich bin von dieser GmbH angestellt und die Krankenversicherungen, die laufen auch über diese GmbH. Das ist etwas, da weiss ich nicht genau, wie das in Deutschland und in Österreich geregelt ist, aber für mich war das von Anfang an klar, ich brauche da ein Gebilde, welches nicht ich als Privatperson, Martin Bissig, da draussen ist, sondern diese GmbH, die die Verträge abschliesst, die auch eine Rechtsschutzversicherung hat, die auch eine Haftpflichtversicherung hat und und und. Also das heisst, die Rechnungen, die werden alle von dieser GmbH ausbezahlt. Und diese GmbH, über diese GmbH kann ich relativ einfach und auch in der Schweiz relativ günstig eine Krankenversicherung abschliessen, die mich auch bereits ab dem dritten Tag Unfall oder Krankheit bezahlt. Und das ist etwas bei meinem Job, der sehr physisch ist. Ich bin viel draussen, ich bin viel am Arbeiten, ich muss, wie jeder Fotograf oder jede Fotografin, brauche ich beide Hände. Also wenn ich irgendwie den rechten Arm gebrochen habe, dann kann ich nicht arbeiten. Wenn ich einen Kreuzbandriss habe, kann ich nicht arbeiten. Und ich muss da abgesichert sein, damit auch in dieser Zeit, wo ich jetzt nicht arbeiten kann und nicht wie andere vielleicht im Bürostuhl sitzen und das Bein hochheben, aber weiter arbeiten können, da brauche ich auf jeden Fall die Zusicherung, dass dieser Ausfall, dieser Einkommensausfall gedeckt ist. Das Erste. Das Zweite ist die Pensionskasse, das ist in der Schweiz bei uns, wie hast du gesagt, wie heisst das bei euch? Die Altersrente? Oder wie heisst das? Ja, Rente zum Beispiel, Altersrente, genau. Genau. Das ist bei uns obligatorisch, wenn du einen Lohn hast, der über 20'000 Schweizer Franken ist. Dann zahlst du das automatisch in die Pensionskasse ein, wenn du angestellt bist. Wenn als Nicht-Angestellter, eben als Einzelfirma, weiss ich ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das ist. Aber es ist für mich natürlich auch ein zentraler Punkt, dass diese Dinge, dass die abgecheckt sind und dass die auch wirklich für die Zukunft so, die Weichen so gestellt sind, dann sollte es mir mal irgendwie was passieren, körperlich, oder auch irgendwie müsste ich früher aufhören, damit da ein bisschen was auf der Seite ist. Das bedingt natürlich, dass man sich das auch leisten kann. Das ist ja alles nicht kostenlos. Da muss man ja einbezahlen. Das, was man einbezahlt, das kriegt man dann wieder zurück. Da bin ich jetzt in der, sage ich jetzt mal, sehr vorteilhaften Lage, dass ich das über die letzten Jahre mir so erarbeiten konnte, dass ich diese finanziellen Möglichkeiten habe, da was einzubezahlen. Aber ich denke, gerade zu Beginn von einer Karriere ist das zumindest in meiner Ansicht nach so ziemlich die unsexieste Themen, die es gibt, ist irgendwie Versicherungen, Altersvorsorge, Rente und so weiter. Aber wenn man sich genug früh damit auseinandersetzt und weiss, in welche Richtung es gehen soll, dann kann man auch die Weichen so stellen und sich so positionieren, dass es dann im späteren Zeitpunkt dann auch einfacher ist. Ja, finde ich sehr spannend, deine Antwort. Und ich finde auch, ich weiss nicht, ob du es machst, aber es sollte auch Workshops dazu geben, dass man einfach so ein bisschen finanziell weiss, worauf man achten muss, als Fotograf oder sonst als Künstler. Ich weiss nicht, bietest du sowas an schon? Ja, tatsächlich. Also ich habe ein Seminar oder einen Workshop, der heisst Erfolgreich sein als Fotograf oder Fotografin, wo es genau ein bisschen um diese Dinge geht, wo wir zuerst definieren, was ist überhaupt Erfolg? Ist es in einem amerikanischen Magazin veröffentlicht zu werden? Erfolg ja, aber eben, kriegst keine Kohle dafür. Da stellt sich dann halt schon mal ein bisschen so ein bisschen die Grundsatzfrage. Und ich habe einfach gemerkt, dass viele Menschen in der kreativen Branche Mühe haben, ihre Kreativität in einen monetären Vorteil umzusetzen. Das heisst, die sind zwar sehr kreativ, die verstehen ihr Handwerk, die machen absolut geniale Bilder, also nichts auszusetzen. Aber eben dann, wenn es ein bisschen um Marketing geht, wenn es darum geht, um Sales sich zu verkaufen, mehrere Aufträge zu kombinieren, da reinzuholen, finanzielle Stabilität und so weiter, dann hört es dann relativ schnell auf. Und da kommt mir jetzt halt mein kleiner Banker-Rucksack dann von vor über 20 Jahren, dann kommt doch noch ein bisschen was zugute. Also von dem her kann ich diese beiden Welten gut miteinander verbinden. Für jeden, der Bedarf hat, ihr habt es gehört, checkt es aus auf der Seite von Martin und ja, lasst euch da beraten. Gerne. Vielleicht mal eine interessante Reise in die Schweiz zu einem Kurs zum Selbstmanagement für Fotografen. Absolut. Zum finanziellen Management. Martin, ich hatte ehrlich gesagt, du machst deine Absicherung als ehemaliger Banker über Aktien und ETFs. Aber gut, wieder was dazugelernt. Ich bin da erst sehr konservativ unterwegs. Sehr schön. Aber wir müssen leider zum Ende kommen. Dieser Einstieg, dieses Thema mit dir war ja nur ein, ich sag mal, der erste Aufschlag, was heißt nur, es war der erste Aufschlag zu einem Thema, das wir auch in den nächsten Folgen im Laufe dieses Jahres weiterverfolgen werden. Wir sind sehr gespannt darauf, wie unsere Hörerinnen und Hörer auf das Thema reagieren, was wir an Zuschriften bekommen und wir sind ziemlich sicher, dass wir das mit anderen Fotografen, vielleicht auch mit den Pinguin-Fotografen, dann... Unbedingt. Da könnt ihr mich wieder dazuschalten, da habe ich dann ein paar kritische Fragen dazu. Sehr gut. Wie wir das künftig noch auch, dass wir auch dieses Thema künftig noch weiter begleiten werden. Habe ganz, ganz herzlichen Dank für den tiefen Einblick. Es ist nicht selbstverständlich, das wissen wir aus guter Erfahrung, aus eigener Erfahrung, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand seine Karten so offen, wie du es hier getan hast, auf den Tisch legt. Habe herzlichen Dank und ich bin sicher, wir werden demnächst auch noch mal miteinander zu tun haben. Ich würde gerne noch etwas mitgeben allen Zuhörerinnen und Zuhörern von diesem Podcast, die jetzt vielleicht an der Schwelle stehen und sich überlegen, wäre das was für mich, Fotograf oder Fotografin zu werden. Und ich muss dazu sagen, für mich persönlich ist das der absolut geilste Job, den es gibt auf der Welt. Man muss aber auch sehen, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man kein Hobby mehr. Und das ist halt auch etwas, was ich merke in meinen Workshops und was ich den Leuten auch immer mitgeben möchte. Manchmal ist es auch gut, wenn man etwas macht, ohne dass man damit Geld verdienen muss. Es nimmt einem den Druck weg, die Freude bleibt bestehen und wenn es dann vielleicht auch nicht reicht zum Profi oder zum Erwerb mit der Fotografie, dann ist es doch immerhin eines der schönsten Hobbys, die es gibt und das ist doch immerhin auch was wert. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Martin. Ich danke dir auch nochmal von meiner Seite, dass du dabei warst heute. Hat sehr, sehr viel Spass gemacht, sehr schöne Einblicke und wünsche dir für deine Arbeit auf jeden Fall noch alles Gute und ein erfolgreichstes Jahr. Alles Gute dir. Danke euch und wir hören uns wieder mit dem Penguin-Fotograf. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, das war Martin Bissig, der uns wirklich einen schönen Einblick gegeben hat und einen sehr wichtigen Einblick, finde ich, für alle, die irgendwie künstlerisch tätig sind, Fotografen, Videografen oder auch sonst irgendwelche Kunst, dass man da auch wirklich breit aufgestellt ist. Wie fandest du, Olaf? Ich fand, kleines Wortspiel, der Martin ist gar nicht so bissig. Nein, ich habe es ja schon in der Verabschiedung von Martin gesagt, ich fand es wirklich sehr, sehr nett, dass er uns auch diesen tiefen Einblick gegeben hat und eine, finde ich, auch durchaus umsetzbare Strategie, wie man mit dem Thema umgeht. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Aspekten, aber diese weiteren Aspekte werden wir dann auch vielleicht, ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, in einem weiteren Teil unserer, ich sage mal, Finanzserie, wenn man so möchte, ein bisschen herausarbeiten. Mal gucken, wann sich der nächste Partner, Gesprächspartner für dieses Thema findet, aber ich denke, im Laufe dieses Jahres wird sich da bestimmt noch die Gelegenheit ergeben, eine weitere Stimme, eine weitere Taktik, eine weitere Vorgehensweise, sich mal von einem anderen Profi anzuhören. Genau, und wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse podcast at canon-academy.de und vielleicht können wir euch die ja beantworten oder weiterleiten an den Martin. Olaf, was haben wir denn beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal, da sind wir wieder mal in einer besonderen Situation. Wir haben in der nächsten Folge keine Gäste, sondern wir sind unsere Gäste, weil du hast ja etwas Besonderes vor, eine Reise nach Südafrika und Uganda und da steht dir ja einiges bevor, da werden wir mit dir mal darüber sprechen, was du alles so in den Koffer packst und wie du dich auf solche eine Reise vorbereitest und ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen was. Genau, du hast auch ein paar Reisen gemacht und dann erzählst du uns mal ein bisschen, was du so mitnimmst und worauf du achtest. Genau, und damit der Cliffhanger auch noch perfekt ist, da geht es natürlich um Motorsport, da geht es natürlich um Rallye. Ich war bei der großen Veranstaltung in Österreich, zu dem wir dann einen etwas detaillierteren Bericht auch senden werden. Also wir beide ganz alleine, hört gerne wieder rein, wir freuen uns auf euch. insoweit Tschüss und Bye-Bye aus Berlin und seid kreativ. Das war's für diesmal. Canon Academy Radio sagt Danke fürs Anklicken und Zuhören. Weitere Podcastfolgen und alle Angebote der Canon Academy findest du unter academy.canon.de